Wir präsentieren den Sony Crafter von WORX, die brauchbarste Erfindung seit dem Schweizer Taschenmesser. Die Hochfrequenz-Oszillation bietet präzise Anwendungsmöglichkeiten. Der Sony Crafter ist das perfekte Werkzeug für Ausschnitte in Holz, das Kürzen von Türstöcken, das Ausstechen von Material. Der Sony Crafter ist das perfekte Werkzeug für Ausschnitte in Gipskarton, zum Entfernen von Fliesenversiegelungen, für Wandauslässe zum Verlegen von Leer- und Wasserrohren, zum Entfernen von Linoleumböden oder alten Teppichböden. Man kann damit auch Nägel und Schrauben kürzen, Metallbleche schneiden, Metallrohre sägen, Plastikrohre schneiden, In-Eck-Bereichen schleifen. Entfernen Sie alten Fliesenkleber, auch perfekt zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen.